Also wir haben gerade das ganze Geschäft an die Schulung angemeldet. Wir haben jetzt einfach gemerkt, es gibt viel Neues an den Geräten. Die Steuerung ist neu und wir kommen wirklich noch nicht so, bis wir noch nicht rauskommen mit der Steuerung. In der ersten Linie geht es auch darum, dass natürlich der Servicetechniker so gut wie möglich über das Produkt Bescheid weiss. Auch das Gefühl zu geben und ihnen auch wirklich zu sagen, hey wir sind für euch da, ihr habt die Unterstützung von uns. Am Morgen hatten wir ein bisschen Theorie und konnten sie am Nachmittag an diesen Geräten austesten. Alle Informationen bekommen, was diese Geräte neu dann können, die verschiedenen Schaltungen, die verschiedenen Funktionen. Dass wir die auch wirklich so ausnutzen können mit dieser Steuerung. Dass man hier einfach ein besseres Know-how hat. Genau, ja, wir holen die Geräte, zum Beispiel die letzten Geräte holen wir beim Meierturm. Sie kaufen bei uns die Geräte, wir unterstützen sie mit unserem besten Fachwissen. Und schlussendlich dann auch so anzuwenden. Dann tritt man auch beim Kunden sehr sicher auf, oder? Und das kommt dann halt ganz anders rüber. Bei der Installation, bei der Inbetriebnahme, bei der Übergabe dem Kunden. Gut erklären kann, was man ihm da verkauft. Dass alle hinter dem Produkt schon kommen und dass es schlussendlich einen glücklichen Kunden gibt. Zufrieden. Donut. Woher. Musik